Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Monat geht es ja so um die groben Themen Zeitmanagement, Familienalltag organisieren, aber auch den Familienalltag erleichtern. Und bezüglich dieses Themas möchte ich euch dieses Buch hier heute vorstellen. Das ist Slow Family, 7 Zutaten für ein einfaches Leben mit Kindern. Entschuldigung. Von Julia Dibbern und Nicola Schmidt aus dem BELZ Verlag. Und dieses Buch ist so unglaublich gut. Ich habe ja auch, das wisst ihr ja, das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten mit dem ewig langen Titel gelesen. Das hat mir auch gut gefallen. Es hat mir auch in manchen Punkten geholfen. Aber in vielen Punkten kam ich einfach nicht mit den Ansichten der Autorinnen oder Autorin, ich weiß es gar nicht, überein. Da konnte ich mich einfach nicht mit identifizieren. Und dieses Buch war halt anders. Ich konnte mich mit 80% der Aussagen, der Beispiele, der Varianten, der Vorschläge hier identifizieren, wo ich sage, ja, das willst du machen. Oder, ja, okay, das macht für dich total Sinn. Oder ich habe es ausprobiert und habe festgestellt, ja, es stimmt und das ist so krass. Und deswegen möchte ich euch dieses Buch sehr ans Herz legen. Wenn ihr das gelesen habt und wenn ihr euch damit identifizieren könnt, wenn das was für euch ist und ihr das umsetzt, könnt ihr euren Familienalltag mit so Kleinigkeiten so unglaublich krass zum Positiven verändern. Und so ein paar Aspekte aus dem Buch möchte ich euch heute in diesem Video mitgeben. Ich rate euch aber sehr, das Buch zu lesen, weil ich nur anschneide, was euch hier für wahnsinnige Tipps gegeben werden. Erstmal noch so ein bisschen was vielleicht zum Aufbau. Euch werden halt unter anderem diese sieben Zutaten genau erklärt. Und ich habe mir das aufgeschrieben. Und zwar sind das Liebe selbstverständlich, aber auch Natur, was ich absolut unterschreiben kann. Achtsamkeit, auch darüber habe ich ja schon mit euch gesprochen und finde es auch super wichtig. Gemeinschaft, ja, also es heißt ja nicht umsonst, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und das ist auch etwas, woran ich arbeiten muss und wo ich noch viele, wo ich halt viel auch aus dem Buch mitgenommen habe, wie ich mein kleines Dorf um meine Kinder herum noch ein bisschen vergrößern kann. Dann Ressourcen und damit meint man nicht nur Geld beispielsweise, sondern auch zeitliche Ressourcen oder die eigene Energie beispielsweise. Dann Wissen und das nicht so im Sinne von Schulwissen unbedingt und auch Zauber. Und dieses Kapitel hat mir auch sehr, 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 sehr gut gefallen. Und dann geht es halt um das Slow Village, also um diese Gemeinschaft, um das Dorf, die es doch braucht, um Kinder großzuziehen. Weil wir wissen als Mama alle, wir schaffen das nicht alleine, wir brauchen Leute, die uns unterstützen. Und wenn sie jetzt so aus dem Familienkreis zum Beispiel nicht da sind, weil wir nicht am selben Ort wohnen oder weil wir kein gutes Verhältnis haben, dann müssen wir uns einfach unser eigenes Village schaffen. Und wie das funktioniert, das wird euch in diesem Buch sehr gut erklärt und euch Tipps gegeben, wie ihr das machen könnt. Und wenn ich sowas lese, dann kommt mir das auch erst wieder ins Bewusstsein. Und dann denke ich so, ja stimmt, mit der Mama, die hast du schon so oft getroffen, der lächelt euch immer so nett an, mit der hättest du eigentlich gerne mehr Kontakt. Und das ist dann so dieser Anstoß, das auch dann wirklich weiterzuführen und da dann auch wirklich Kontakt zu dieser Mama wirklich mal ernsthaft aufzunehmen. Dann geht es um Slow Nature, ist auch noch ein großes Thema und da habe ich auch so viel für mich mit rausgenommen. Wir sind viel draußen. Ich meine, wir wohnen hier so ein bisschen ländlich, wir haben es auch nicht weit in den Wald und ich mag das gerne. Und was ich nach dem Buch aber wieder so für mich ein bisschen intensiviert habe, ist zum Beispiel Barfußlaufen. Also die Kinder laufen ja fast ausschließlich zu Hause barfuß. Und ich, ich muss dir ehrlich sagen, ich bin so ein, ich stehe nicht so besonders auf Dreck. Aber ich kann mir meine Füße auch waschen. Deswegen habe ich mir auch hier zu Hause im Garten angewöhnt, wieder barfuß zu laufen. In meinem Garten weiß ich, ist nichts Gefährliches. Wir hatten nur einmal den Vorfall mit so einer, ich weiß nicht, wie die genau hießen, also es war irgendein Insekt. Und Vince hatte halt dann den Stachel im Fußstecken und den haben wir rausgezogen. Wir haben das gekühlt und da ist nichts weiter passiert. Und mehr kann bei uns im Garten halt auch nicht passieren. Ich weiß, dass da keine Scherben oder irgendwas zum Beispiel rumliegen. Und was auch noch ein ganz tolles Thema war, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei Slow Nature oder Slow Family Life, das ist nämlich dann das nächste große Kapitel drin, stand Knüppelkuchen. Das sind so einfache Sachen, ne? Aber ich habe dann so gedacht, boah, ja, du willst, also bei uns heißt das Knüppelkuchen Stockbrot. Das heißt hier in dem Buch und Stockbrot, so kennen das wahrscheinlich auch viele von euch. Knüppelkuchen, das willst du unbedingt mal wieder machen. Ja, total geil. Und jetzt kommt so langsam, nein, der Sommer geht so und der Herbst kommt. Und das ist für mich auch nochmal eine schöne Zeit, einfach um draußen zu sein. Und wir haben halt eine Feuerschale, ne? Die macht man dann halt an. Die Erwachsenen sitzen da drum und beobachten, dass das dann mit den Kindern nichts passiert. Die rennen sowieso die ganze Zeit durch die Gärten hier bei uns und über den Wäscheplatz und sind sowieso überall nur nicht am Feuer wahrscheinlich. Und dann wurde halt der Tipp gegeben, okay, Kinder haben natürlich keinen Bock da die ganze Zeit zu stehen und zu warten, bis das fertig ist. Die wollen es dann einfach essen. Also vierkant Hölzer zu nehmen, genau, so heißt es dann, glaube ich. Halt einfach mit vier flachen Seiten, sodass man das auflegen kann auf die Feuerschale beispielsweise und sich das dann einfach kümmert. Man guckt selber immer mal wieder nach und dreht das und die Kinder können das essen. Ähm, man kann auch Marshmallows machen. Die sind natürlich nicht ganz so gesund. Aber einfach nur, man sitzt wieder mal am Nachmittag, schrägstrich frühen Abend zusammen, unterhält sich, ist an der frischen Luft, die Kinder rennen rum, man ist trotzdem irgendwie dabei und isst halt noch was Leckeres. Und das hat, ich habe das gelesen und dachte so, ja, das will ich unbedingt wieder machen. Und jetzt haben wir halt angefangen, ne, so Hölzer zu besorgen, die Feuerschale wieder rauszuholen. Manu möchte noch ein bisschen was bauen für die Feuerschale. Ähm, ne, aber wir haben das jetzt in Angriff genommen, weil ich finde das super schön im Herbst und das noch so ein bisschen wärmer ist. Man kann sich entsprechend anziehen, da so am Feuer zu sitzen. Und ich habe das gelesen und dachte so, ja, das willst du unbedingt mal wieder machen. Das ärgert mich dann so, ähm, dass ich erst ein Buch brauche, was mich auf so simple Dehn bringt. Aber das will ich jetzt zum Beispiel unbedingt mal wieder machen. Ähm, das Thema Matsch war auch so ein Thema, ich probiere es erstmal mit Barfußlaufen und meine Füße nachher ordentlich zu waschen. Mit dem Thema Matsch muss ich mich noch ein bisschen anfreunden. Aber ich habe, nachdem ich das Buch gelesen habe, bin ich mal wieder so ein bisschen runtergetickert, was dreckige Kinderkleidung angeht. Weil man kann es waschen und wenn es nicht rausgeht, dann, ähm, gebe ich sowas zum Beispiel mit in den Kindergarten. Da werden die Sachen auch nicht besser. Oder ich habe auch immer so ein Stapel Klamotten, die wir anziehen, wenn wir mit Farbe malen oder wenn ich weiß, die werden zwangsläufig dreckig und dann kommt das halt auf diesen Stapel. Und wenn es gar nicht mehr geht, ja, dann kommt es halt weg, ne. Also da auch mal wieder so ein bisschen runterzufahren, weil so schlimm finde ich es eigentlich nicht. Aber sich dem mal wieder bewusst zu machen, dazu brauchst du halt manchmal ein gutes Buch. Dann, wie gesagt, ist ein Thema Slow Family Life. Da habe ich auch unglaublich viel nochmal rausgezogen. Ähm, und Crazy Happy Planet ist auch noch ein Thema, womit wir uns alle irgendwie zwangsläufig ja beschäftigen müssen. Und wir wissen das auch, dass uns unser Planet unterm Arsch wegstirbt und irgendwie tun wir nicht so wirklich was dagegen. Und es hilft schon, wenn jeder Einzelne wirklich nur so ein bisschen was dafür tut. Ähm, ich habe so drei Sachen, die ich jetzt noch mit euch teilen möchte, die ich für mich aus dem Buch mitgenommen habe. Also das sind drei Kleinigkeiten. Ich habe sehr, sehr viele aus dem Buch mitgenommen. Das eine ist eine Erkenntnis, die ich getroffen habe, als ich das gelesen habe. Unser Problem, gerade bei Mamas, ist so dieser kleine Stress im Alltag. Ja, wir haben meistens nicht den großen, krassen Stress, wie vielleicht zum Beispiel der Mann, ähm, der vielleicht kurz vor der Kündigung steht, weil das Unternehmen, in dem man arbeitet, vielleicht Bankrock geht oder so. Sondern wir haben so diesen kleinen Stress, diesen alltäglichen Stress, der so entsteht. Das geht frühmorgens, geht der kleine Stress los, weil wir uns nicht in Ruhe fertig machen können, ähm, weil das Kind sich nicht anziehen möchte, weil wir uns Druck machen, dass wir in den Kindergarten müssen, dass wir in den Bus erreichen müssen, irgendwie solche Sachen. So dieser kleine Stress. Und, ähm, das sammelt sich so. Und aus diesem ganz kleinen Stress wird dann halt riesengroßer Stress, weil das alles so zusammenkommt. Und wenn wir uns diesen Kleinigkeiten mal bewusst werden, was macht uns denn diesen kleinen Stress? Und da so ein paar Sachen eliminieren können, ist das super gut und erleichtert unseren Alltag allgemein. Ähm, was so ein Punkt wäre, wie man so kleinem Stress vorbeugen kann, ist zum Beispiel seinen Kindern einen Schritt voraus zu sein. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mal geguckt, was sind denn so Situationen, wo es kritisch mit den Kindern wird und wo kann ich ihnen da einen Schritt voraus sein? Ein kritischer Punkt ist bei uns zum Beispiel morgens, wenn es im Kindergarten losgehen soll. Ich habe nicht den Zeitdruck, dass ich zu einer bestimmten Zeit auf der Arbeit sein muss. Ich mache mir aber den Zeitdruck, okay, wir wollen jetzt los, es soll jetzt losgehen, um 8 gibt es Frühstück im Kindergarten. Im Kindergarten wird uns aber niemand den Kopf abreißen, wenn wir drei Minuten später kommen, beispielsweise. Und ich habe mir jetzt einfach angewöhnt, rechtzeitig loszumachen. Also wir sind sowieso rechtzeitig fertig. Ob die Kinder dann nur noch 10 Minuten länger spielen, das muss ja einfach nicht sein. Also beginne ich frühzeitig damit, weil ich weiß, Vince ist früh langsam. Der ist allgemein sehr langsam, aber früh besonders. Und wenn ich halt weiß, okay, wir müssten 10 vor 8 eigentlich losmachen, na dann lege ich halt 20 vor 8 mit ihm los, dass er sich anzieht und dass er sich dann auch in Ruhe anziehen kann, dass ich da keinen Stress machen muss, dass er halt 5 Minuten brauchen kann, um sich seine Socken anzuziehen, wenn es denn sein muss. Und ich kann den da machen lassen, ich muss mich nicht stressen, weil ich weiß, ich habe die Zeit. Und einfach halt wirklich in dem Bewusstsein zu sein, okay, ist völlig egal, ob ich 7.55 Uhr da bin, ob ich 8 Uhr da bin oder ob ich halt 8.05 Uhr da bin. Hauptsache ich komme da irgendwie möglichst entspannt an. Und da gibt es so viele Situationen, wo man seinen Kindern einfach einen Schritt voraus sein kann. Und ein anderer Punkt war, was total Simples, wenn deine Kinder mürrisch werden, anfangen zu meckern, unkooperativ werden, check genau zwei Sachen. Sind sie müde oder haben sie Hunger? Und dann tu was dagegen. Das ist so einfach. Und bei uns ist ganz oft Hunger. Und dann reicht das schon, kennt ihr, so diese Mais, wie heißen die? Die sind nur aus Maisgrieß. Mehr Zutaten sind da nicht enthalten. Die sind nur aus Maisgrieß. Solche Sticks, könnte man sagen. Und dann gebe ich denen sowas, ne? Das ist nicht irgendwie, oder ein Apfel. Oder so total simple Sachen. Und dann sind die erstmal wieder so grundentspannt, weil sie das Problem Hunger schon mal gelöst haben. Müdigkeit ist bei uns eher selten ein Problem. Aber es ist natürlich auch gut zu checken, okay, will mein Kind jetzt gerade nicht vom Spielplatz heim, weil es a. Hunger hat und deswegen jetzt rumbockt? Oder ist es vielleicht schon extrem müde? Habe ich das Ganze hier vielleicht überzogen? Und dann Kind ansacken und ins Bett. Und dann ist es wurscht, ob das an dem Tag halt noch gebadet hat oder noch seine gute Nachtgeschichte bekommen hat. Wenn das müde ist, sollte das Kind halt einfach ins Bett. und ich muss mir dann nicht noch den Stress geben, dass es vielleicht bei der Geschichte nicht zuhört und wir uns darüber ärgern oder was auch immer. Also guckt, ja, reflektiert einfach euren Tag mal ein bisschen besser. Weil ich habe gemerkt, diese Knackpunkte mit den Kindern, wo es halt schwierig wird, das ist oftmals an zugleichen Zeitpunkten. Und schaut einfach, wann ist das und was könnt ihr tun, um dem entgegenzuwirken. Und das hat mir so unglaublich viel jetzt im Alltag mit den Kindern schon gebracht. Und in dem Buch stehen halt noch so viele tolle andere Sachen, die ihr da rausnehmen könnt. Nehmt vielleicht jeder auch was anderes für sich mit, ne? Je nachdem, wo die Baustellen halt zu Hause einfach auch sind. Deswegen, ich verlinke euch das Buch unten in der Infobox. Lest es bitte unbedingt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und schreibt mir dann gerne in den Kommentaren, was ihr für euch als einen Tipp mit rausgenommen habt, ob es euch gefallen hat und was sich vielleicht bei euch jetzt im Familienalltag geändert hat. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.